Die Videgalerie wird von Traum-Schnitzern angegriffen. Sie richten enorme Schäden an und ich fürchte, dass sie uns überrennen werden. Viele der Gehege sind bereits zerstört und unsere Schutzbefohlen laufen amok. Hey, weg da! Weg da! Amok. Manche wurden sogar getötet. Wir sind zu wenige, um sie abzuwehren und die Ausstattungsstücke im Zaun zu halten. Bitte, wenn ihr dem großen Auge dient, schickt Hilfe. Oberstes Chiffre Vriiilvi. Vriiilvi. Irgendwie sowas. Also. Keine Türen. Noch immer gefangen. Und diese Traum-Schnitz. Ich kenne. Ein Feuer, Salamander. Beine aufeinander. Mach meine wieder zu. Raus bist du. Was soll denn was denn jetzt? E.T. Tim. Guten Tag. Bzw. guten Abend. Äh, guten Abend. Muss ich da rein? Da muss ich rein. Äh. Ne. Uah, da kommt der Ding raus, glaube ich. Das. Das so ist. Das sieht gerade wieder aus wie diese komische Gedankenstände da hier. Wo muss ich hin? Bei mir ja gar nicht viel. Alter, schon wieder der Scheißvieke. Bei mir tatsächlich nicht viel. Nur ein bisschen zocken. Und ein bisschen Müdigkeit bekämpfen. Was geht bei dir so? Was geht bei dir so? Was geht bei dir so? Ihr habt sie! Ja! Unsere Kugelfarbe! Nach Jahrzehnten! Ihre Farbe! Das neue DC? Okay, welche neue DC meinst du eigentlich? Meinst du aber nicht? Ich habe die Kugelfar, oder? Was ist das von letztem Jahr? Das große DC von dir sind wir erst noch gar nicht draußen. Oder meinst du das eine, was rausgekommen ist? Aber es hat ja keine Story, glaube ich. Ja gut, okay. Bis in einen Monat und neun Tage ist das noch neu. Am sechsten kommt das, glaube ich, raus. Am sechsten sechsten oder so. Äh, wo muss ich hin? Findeln wir holen? Ja, hier dran. Ja, stimmt. Ja, die Story habe ich zum Glück schon durch. Ich mache hier gerade so... Ich mache hier allgemein das hier alles voll. Weil ich bin halt so ein Typ, der gerne alles fertig macht einfach. Wenn sie schlafen, sehen die Boss... Ich weine. Oh. Ich glaube, der schläft nur. Ich sterbe wahrscheinlich wirklich sogar, ne? Ja, eine endlose Archive wollte ich auch mal irgendwann mal machen. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch gar nicht gemacht. Bekommt man was Gutes aus den Archiven raus? Vierten bereitet mir keine Freude. Aber ich bin froh, dass wir die sind, die noch leben. Ich glaube, wir können das wirklich gut. Lockiert! Draußen! Wo wir doch drinnen sein sollten! Spinnen! Eine Spinne sollte helfen! Findet eine! Eine Spinne? Ist das eine Spinne? Anspruch! All 6! Spinnen sind lernbegierig! Sie schreiben alle Antworten nie. wir brauchen ein bums sagt der spinne dass es euch leidtut und nehmt das ding auf ihr ihr müsst das tintenfass zurück auf die steine legen damit es raus macht aber verschüttet nichts okay klassen sets und dann gehe ich mit dem set was ich hier habe relativ zufrieden bin ja eher so der one bar typ deswegen habe ich gern auf die hüster ring nochmal genau den reichen sehen ring benutze ich halt gerne weil ich halt so ein one bar typ bin und sonst habe ich halt ganz alten drachengarde und eisherz antlitz und die verdammte das habe ich halt noch antlitz und hier ist das ding von kars es war nicht ein pvp so geil habe ich gemerkt aber so ein pvp ist das echt top vor allem im solo game ja genau ja gut als tank sollte man beide bars benutzen wenn man halt ein paar mehr skills braucht tatsächlich warum blutet ihr denn aus natürlich ist moria nicht in seiner zelle wer seid ihr gehört ihr zu den traum schnitzern schatzkart 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 aber ihr habt mehr glück als ich es hatte Mein Freund LAUGH ... Destroyer shash поех boil ... ... Okay. Das ist ja noch was Schickes irgendwo. Nö. Hier sehen die Dinger falsch aus. Die sind ein bisschen was wie die Cognitors von Pokémon. Loll. Wir verbieten diese Exponate. Was ist dort unten? Kommt schon. Sehen wir nach. Lass mich. Das sind aber viele Sucher. Das könnte schwerer werden als... Wartet! Ja! Das Allbekannte! Schreit da irgendwie so rum? Ein Allbekanntes! Euer Geist! Öffne das Allbekannte! Öffne mal den Scheiß! Hau! Ich glaube, das ist mir egal. Achso, ich muss hier ganz locker machen. Oh ja, okay. Das ist nicht im Sinn. Ich vergesse immer, dass ich den Mini mehr habe. Was ist da schön wie ein Hm? Wir haben hier ein paar Wärten. Dann haben wir die Schicksale. Ich bin ein paar Wärten. Hm. Mach das schon aus. Los. Hat dich? Wir haben die Wärten. Ich bin ein paar Wärten... Einiger Geist. Nein! Er... Ich bin ein paar Wärten... Bist du auch schon gespannt auf das Zauberweben mit dem neuen DLC, also mit dem nächsten DLC? Ich habe ja schon mitbekommen welche Skills zum Zauberweben zur Verfügung stehen, aber ich hoffe dass bald noch mehr Räder zukommen, da sollte ich dir was versagt, ich weiß mich aber auf jeden Skills hier weben kann, ein kritisches Toben war das glaube ich, muss ich eigentlich ganz gut finden. Hohe Decken, viele Stufen und das Gewicht der Wahrheit voraus! Ich kann nicht länger warten! Das gibt es keinen Massentong? Ehrlich nicht? Krass, ich dachte das gibt es nur so einen. Ok, das ist natürlich schlecht, noch so lange Zeit, dass es noch gar keinen gibt, finde ich persönlich. Nein, lass mich! Weiter so! Schüttel das ab! Jojo! Boah! Alter! Wo steht die Dinger dran? Ich... 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 Dann hoffe ich auch mal dass es einen Massentong gibt. Ich meine ich brauche sowas bis jetzt noch nicht, weil ich da in 10 Spiele... Und keine Ahnung, die Raids, die ich sonst mitgemacht habe, da ging das glaube ich. Aber ich glaube in Massentown wäre das halt noch besser geworden, die Raids. Auf jeden Fall wird das dann individueller, das ganze, weil du halt die Skills halt verändern kannst, das finde ich mal ganz cool. Was bist du denn da unten? Ähm. Okay, hier lang. Äh? Meine Reppen füllen Freiheit. Zusätzlich. Oh ne, jedes. Achso, das ist die Gegend. Das ist geistig, gesund und irgendwas. Ähm. Das ist die Gegend. Vielen Dank.